hallo und herzlich willkommen bei klaus grillt feines grillen barbecue dieses video hassen tatsächlich alle dünner verkäufer weil ihr könnt eure dünner jetzt so was hier original zu hause machen und wie ihr die jetzt zeigt euch gleich viel spaß dabei ja heute wird tatsächlich sehr sehr krass weil es zum ersten mal dass man richtigen dünner zu hause machen kann also richtige weltpremiere und dazu braucht man so hat hier ein dünner spieß und normalerweise gibt es diese tollen apparate immer nur für den die leiten dünner händler zu bestellen und irgendwo zu bekommen und dann viel viel größer mit ganz ja zu hausisch anfangen mit so 20 30 100 kilo spieß deshalb gibt es jetzt bei beef bandit und jetzt ist die schöne warum ich gesagt habe ich stehe ins fleischgeschäft ein weil wir jetzt tatsächlich die dinge herstellen und organisieren können die wir griller tatsächlich brauchen und wir brauchen dünner wir fangen sonst noch ein jünger spieße zu stecken und 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 aber hier haben wir dünner spieß der kostet nicht allzu viel ich zeige euch für die seite tatsächlich total überschaubar hat immer drei kilo und kommt tatsächlich so original eingepackt wie der klassische dünner spieß kommt und hat hier tatsächlich so eine mittelachse drin der passt also auf jeden herkömmlichen drehspieß ruf und bote brauchst du dann haben wir noch weil wir dünner machen wie man die dünnerteller mit reis die korte mir separat und habe ein bisschen so die unvermeidliche salat beilage aber das tatsächlich muss neben darsteller heute und machen so kleine knelleknoblauchsoße da bin ich jetzt weil ich echt so heiß auf der dünnerfleisch bin ganz vorliegen einfach ein zack gewürzer den hier tut er noch nicht die dose in den joghurt drin machen diesen zehn prozentigen die jungen noch einen kleinen schluck milch dazu und rühre den kram unter eine schnelle schnelle knoblauchsoße ohne große theater so muss es sein einmal frei und wir haben die faulste knoblauchsoße der welt gemacht aber jetzt muss noch fleißig sein wenn er es auch mit spieß macht ist dass du die mal eine halbe stunde oder stunde draußen liegen lässt dass er so ein bisschen antaut weil sonst hast du riesige fummel hier die folie abzukriegen und dann wollen wir nicht den trick für also antonen lassen da kommt immer tiefgefroren und dann mache ich das so dass ich ihn erstmal auf dem spieß stecke und da habt ihr schon gesehen ist so eine direkt so eine röhrchen drin wo das ding durchfasst da kommt der hinten raus hast also kein drama mit und wenn ich ihn auf dem spieß habe dann habe ich schon mal da muss ich nicht groß mit rum hattieren und dann nehme ich ein messer und schneide einfach außen einmal hier den mit einer spitzen klinge die folie ein und dann kriegt sie praktisch mit ihm mal ganz easy runtergezogen und muss nicht anfangen hier so eine halbe freunde pro folie abzuprobieren so nahe die folie ab und nur die zweite krall umruf passen falls die runter fällt dass sie nicht im finger landet sichern immer so ein bisschen oben immer unten und auf den grill so hängen wir den burschen auf dem grill und ich mache jeden fall alle brenner und den heckbrenner an ich mache das einfach normalerweise an die hersteller immer macht es nicht aber ich habe so ein stück kaltes fleisch drin richtig der brauche ich die lag falls euch das zu unsicher ist macht da unten drunter die brenner aus und macht heckbrenner und rechts und links ein heckbrenner an aber wir haben jetzt natürlich ein verdammt kaltes gestorben hier vorne ein stück fleisch auf dem grill und das ist noch gut so weil wir uns angucken hier das ist alles hühnchenfleisch also da ist kein hack drin das ist wirklich nur hühnchen ohne konservierungsmittel ohne wirklich zauber nur ihr würztet hühnchenfleisch auf dem spieße steckt geformt fertig hat tatsächlich ein bisschen mühe brauche rauszukriegen wenn diese spieße sind so klein hinbekommt ohne auseinander fallen aber werdet ihr sehen funktioniert sehr gut wie gesagt hitze ordentlich drauf deckel schließen und jetzt die ersten 40 minuten mayranisch machen weil der brauche tatsächlich 40 minuten bis der außen die erste kruste bildet weil natürlich der muss erstmal antauen dann muss sich große bilden und dann muss er noch so tief durchgaren dass man auch die erste schnitt setzen kann wird dauert 40 bis 45 minuten da entspannt sein auf jeden fall auf die idee kommen irgendwie wollen wir jetzt mal irgendwie mit schon gar nicht machen dann zerfleddert sondern gibt diesem spieß ich glaube ich habe schon erwähnt richtig richtig schub so so sieht jetzt nach 40 minuten aus also wichtig beim ersten mal richtig fahrberuf geben lassen und dann können wir schon anfangen runter zu schneiden und ich mache immer so dass ich mir so ein pizza blech unternehmen das drunter fällt das gleich auf der pizza blick hoch fallen kann und dann hier wie man von dünner dealer eures vertrauens kennt einfach hier ja wild gleichmäßig ungleichmäßig runterschneiden und der saft richtig raus ist nicht also ich schneide jetzt hier einfach wild auf los manchmal kann es passieren dass ein bisschen zu tief schnell siehst du da hieß ein stück was noch nicht ganz roh ist ja keine sorge schmeißt da einfach mit drin aber nicht ganz durch ist keine sorge schmeißt du einfach mit dem topf rin macht dann deckel drauf und dann zieht das noch mal zieht das noch mal rasch nach also das geht super schnell also man sagt ungefähr 300 gramm bei normalem fleisch pro nase wenn jetzt richtig große bühne taschen gemacht dann tatsächlich 150 bis 200 gramm pro nase also je nachdem wie du da reichen willst mindestens zehn personen werdet in taschen macht so eher 20 zwei minuten später sieht er so aus also je öfter ihr das macht umso sicherer werdet ihr beim abschneiden wir machen jetzt den deckel zu und haben sie sehen das schicken döner kalbs döner sind wir gerade am entwickeln persönlich glaube dass er noch ein sehr sehr langer weg wird weil wir den auf der seite bezahlbar hinkriegen müssen und auf der anderen seite aber auch so dass er am spieß hält und wenn man jetzt die klassische variante nimmt dass man bezahlbar mit hackfleisch da arbeitet und der sie jetzt auf dem spieß waagerecht anfängt weich zu werden dann klatscht ganze quatsch runter und den wollen wir auf jeden fall von daher schieben wir kalbs döner mal ein stückchen nach hinten und ihr seht ja gleich wie so ein fettiger teller mit chicken döner aussieht und ich glaube viele von euch werden sich da sehr versöhnlich sein zumal die hühnchen die auch gesund ist die gleich mal so sieht so ein stückchen aus und eigentlich kostet ja immer vom fährt den teller aber ich mache jetzt das erste mal manchmal ist der chicken döner tatsächlich der bessere dünner in dem fall auf jeden fall also ich verrate mir nicht so viel wir machen jetzt kurz gleich den reis schneiden müssen wir runter machen so einen geilen dünner teller fertig wie man sieht so im weiteren verlauf sieht die sache so aus der schnell ist immer schön im messer hoch lässt die dinge hier macht und aus dem licht fallen also die öfter ihr das macht ich habe das hier schon erwähnt umso schöner wird die sache nachher notfalls bestellter als b3 von den spieß und könnte ein bisschen üben bevor die ersten gäste kommen runter mega top sieht jetzt bei mir so aus du kannst natürlich auch frisch nehmen aber ich finde wenn die gäste kommen also so besser vorbereitet der topf wird übrigens am ende voll wenn der ganze spieß runter geschnitten ist bei mir natürlich nicht weil ich den gleich verwenden packt zwiebeln daneben sie müssen immer sein der hand soll salat bisschen gorge soweit ist alles schön ich packe jetzt noch ein bisschen tomate dazu wenn ihr wisst alle es geht tomate aber ich finde sie im teller ist besser aus wenn man tatsächlich nur wegen euch aber ich esse sie nicht ein bisschen angieber petersilie und natürlich ein schöner klatsch von unserer knoblauchsoße kommen die angieber petersilie auf die soße als normal und sagt mein lieblingsdöner teller fertig man 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 sieht mega aus oder saftig knaftig köstlich möchte ich und jetzt wird dazu sagen den ganzen spieß bisher durch es dauert so zwei zweieinhalb stunden das einfach mal so ein gefühl habe dafür also auf euch hier in die hohlebirne wildreich dazu löke salat schaden tatsächlich bei der nummer überhaupt nicht mega mega lecker super schön hündchen dünner fleisch und möchte zu essen weiß ich tatsächlich nicht ob man sich überhaupt noch länger um den kalt kümmern sollten hier könnt ihr mal unten in die kommentare schreiben ob wir kalt zu lernen brauchen bei wie bei uns vorbeischauen und danach in die kommentare schreiben wie euch das gefällt mich sehr freuen ansonsten daumen nach oben da lasse ich in einer wohnung kommentar und vor allem grillt euch mal einen schönen dünner zu hause bis zum nächsten mal klaus grillt feinsel barbeque noch eins noch wenn ihr die dünner tatsächlich gekauft und macht wer cool wenn mich auf facebook oder instagram markiert dass sie gesehen und gegebenenfalls weiter teilen kann ich freue mich bis zum nächsten mal